Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Let's Play von Roam Total War. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie regelmäßig ich dieses Nebenprojekt hochladen werde, weil es ja unmittelbar nach meinem Projekt mit den Julian erscheint. Ich kann aber definitiv schon mal sagen, es wird kein historisch, sagen wir mal, ausgereiftes Let's Play. Dabei geht es um folgendes. Und ich bin nämlich überhaupt kein Experte für ägyptische Geschichte. Und ich muss sagen, ich werde, weil ich das jetzt auch nur nebenher spiele, nicht wirklich hingehen und mich jetzt hier in die ägyptische Geschichte reinlesen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kriege ich nicht so gut hin jetzt. Das ist nochmal was anderes. Und ich habe auf jeden Fall die Ambitionen, alles natürlich so zu, also mit historischen Hintergrundinformationen zu unterfüttern, wie es das eben hergibt. Aber bei den Ägyptern bin ich mir jetzt nicht sicher. Die spiele ich jetzt mehr so just for fun. Und ich spiele auf sehr schwer, sehr schwer. Der Lukas hat gemeint, mach doch mal eins auf sehr schwer. Also Lukas, hier ist es. Und ich lese nur ganz kurz hier den Text vor. Nach dem Tod Alexanders des Großen geriet sein Reich erstaunlich schnell in Unordnung und Instabilität. Es war das größte Reich gewesen, das es je gegeben hatte. Das stimmt natürlich nicht. Das von Genghis Khan war wesentlich größer. Und die Generäle wetteiferten, um den ultimativen Preis, den zu erobern keiner von ihnen die Kraft besaß. Die Diadochen, Klammer auf Nachfolger, Klammer zu, konnten nur Bruchteile von Alexanders Reich zusammenhalten. Ägypten war ein Teil dieses Reiches gewesen und ist nach jedem Maßstab ein antikes Land. Inzwischen untersteht es der Herrschaft der griechischen Pharaonen, der Nachfahren von Ptolemäus I., der einer von Alexanders fähigen Generälen gewesen war. Das ist super plusquamperfekt gewesen ist, glaube ich, wäre hier korrekt. Die Dynastie der Ptolemäer passte sich schnell den ägyptischen Traditionen an und übernahm das königliche Leben der Pharaonen, einschließlich ihrer Göttlichkeit und der Heirat zwischen dem Pharao und seiner Schwester Igitt in jeder Generation. Alle nachkommenden Pharaonen nennen sich nach Art der Ägypter Ptolemäus und ihre Schwestern, zumindest in den meisten Fällen Kleopatra. Ägypten ist also unter der Herrschaft der neuen Pharaonen zu einem reichen Land und einem Mittelpunkt der Gelehrsamkeit der griechischen Welt geworden. Die ptolemäischen Pharaonen regieren über ein eindrucksvolles Königreich und müssen als eine der größten Mächte des östlichen Mittelmeerraumes geschätzt werden. Auch ihr Potenzial im Krieg gegen die anderen Nachfolgestaaten ist beeindruckend. Ein aggressiver Pharao könnte die Grenzen Ägyptens leicht jenseits des Nil-Deltas ausdehnen. Wunderbar, gucken wir es uns doch einfach mal an. Ihr kennt ja mein Let's Play mit den Seleukiden. Dann wisst ihr ja auch, wer jetzt unser härtester Gegner ist. Also bei den Seleukiden ist es ja so, da muss man als erstes die Ägypter ausschalten und hier ist es jetzt genau umgekehrt. Wir haben als Ägypter eine wirklich unglaublich schlechte Grundinfanterie, nämlich die Nilspeerträger. Die sind auf einer Stufe für mich mit den Milizoppliten. Die taugen echt nichts. Was man aber am Anfang als unschätzbaren Vorteil hat, ist einfach eine doch nicht unbeachtliche Armeegröße. Wir haben relativ große Ausgangsarmeen. Schaut euch das einfach mal an. Wir haben hier Truppen drin. Wir haben überall Bogenschützen am Start. Das ist total krass. Das ist halt unser großer Vorteil. Im Gegensatz zu den Seleukiden, da wisst ihr nämlich noch, da hat man am Anfang nur eine Einheit Bogenschützen und sonst nur Pelltasten. Und bis die Seleukiden Bogenschützen kriegen, ist es zu spät, muss man auch sagen. Wenn die Ägypter halt schnell sind. Okay, was ist die erste Stadt, die wir uns holen? Es ist entweder Antiochia oder Damaskus. Ich mache das davon abhängig, wo die Seleukiden ihre größte Armeekonzentration haben. Wir gucken uns einfach mal in Damaskus um. Das ist also hier. Wir haben hier eine recht ordentliche Armee. Ich ziehe die mir auch mal gerade raus. Ein Feld zumindest. Oh, was? Da mucken die Leute schon. Ah, das ist, weil hier überall schrottige Tempel gebaut sind. Wir wollen nämlich überall den Tempel des Imhotep haben. Der erhöht die öffentliche Ordnung nämlich am meisten. Und führt nicht dazu, dass wir später einen zusätzlichen Bevölkerungsaufschwung bekommen. Okay. Ich schlage vor. Ah. Ich schlage vor. Wir bauen hier erstmal eine Einheit Spione. Denn das ist die einzige Stadt, in der wir momentan Spione bauen können. In Sidon. Und die schicken wir alle zu den Seleukiden hier hoch. Alle. Wirklich alle. Hier können wir... Das ist Jerusalem, ne? Äh, ja, genau. Aus Jerusalem könnten wir, wenn die Stadt wachsen würde, eine Stadt machen, in der wir Fernkampfeinheiten bauen. Und ich denke, das werden wir auch machen. Fernkampfeinheiten sind für die Ägypter sehr gut. Besonders die pharaonischen Bogenschützen, die somit die besten Bogenschützeneinheiten sind, die es hier im Spiel gibt. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Diplomaten? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir schicken ihn hier runter nach Numidien und Carthago. Dann läuft er aber. Da kriegt er weh Geld. Das ist nicht so toll eigentlich. Die andere Sache ist, wir schicken ihn hier hoch zu den Patern, zu den Armeniern. Zu den Griechen. Und zu den Pontiern. Und zu den Seleukiden. Aber die werden uns wahrscheinlich ihren eigenen Diplomaten da hochschicken. Denn die Frage ist ernsthaft, wozu brauchen wir Frieden mit Numidien? Die werden so viel Trouble haben, ihre Provinzen zu verteidigen, dass wir uns Siva, so heißt diese Provinz hier, ohne Probleme holen können. Ich halte es erstmal für die beste Variante. Die Bauern, die wir hier drin haben, in eine der Städte im Nil-Delta einzuquartieren. Ich glaube, die Kollegen hier, die können wir doch komplett alle rausholen, oder? Moment mal. Also deswegen würde ich sagen, ich will nämlich eigentlich hier oben, bevor ich anfange hier Diplomaten zu bauen, will ich erstmal, lass mir grad gucken, wann baue ich hier den ersten Diplomaten? Den baue ich hier frühestens in zwei oder drei Runden. Aber ich baue hier wahrscheinlich erst noch Steinschleuderer vorher. Also Fernkampfeinheiten da oben sind wichtig. Da geht der Diplomat mal. Weil der Diplomat könnte natürlich noch nach Siva gehen und in Siva erstmal das Handelsabkommen holen. Okay, nee, wir machen kleine Planänderungen. In der Regel kriegt man früh Rebellen im Nil-Delta. Äh, fällt mir gerade noch ein. Und dann ist es ganz gut, einen Diplomaten hier zu haben. Da müssen wir nämlich keinen extra bauen. So. Die gehen erstmal hier hin. Und dann ist die Stadt Alexandria immer noch mega happy. Ne? Ja, wollte ich doch gerade sagen. Okay. Und dann gehst du mit den Jungs hier mal an Bord. Komplett. Gut. Dann gehst du mal raus hier aus der Stadt. Dich würde ich nämlich gerne auch mit hier hinnehmen. Und Memphis ist auch noch happy. Dann können wir auf sehr hoch gehen. Wir müssen überall auf sehr hoch gehen. Dann schaut mal. 8% Bevölkerungswachstum. 6% Bevölkerungswachstum. 5% Also 5% ist vertretbar. Ja, das geht. Damit kann ich leben. Aber mit 8% Leute. Die Städte werden so schnell wachsen. Die wachsen uns im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf. Ja. So. Du gehst hier hin. Und die Einheiten hier. Die sind zu weit weg, um hochzukommen. Dann machen wir es ein bisschen anders. Ähm. Mit denen. Könnten wir natürlich jetzt raus gehen. Und zwar hier hin. Ja. Und die geht mal hier hin. Okay. Ähm. Es gibt eine ganz wichtige Grundregel bei Rome Total War. Die ich hier erklären möchte. Die Grundregel heißt. Bevor ihr eine Einheit baut, um den Steuersatz zu erhöhen, geht lieber erst gar nicht mit dem Steuersatz hoch. Also das heißt, lasst den Steuersatz unten und rekrutiert die Einheit gar nicht. Weil. Oder sagen wir besser so. Es sei denn. Es gibt zwei Gründe. Erstens. Entweder. Ihr bekommt wahnsinnig viel mehr Kohle dadurch. Momentan bekämen wir ungefähr 190. Dann lohnt sich das. Weil die Stadt schon relativ groß ist. Deswegen bauen wir einen Bauern, um hier den Steuersatz auf sehr hoch pushen zu können. Ähm. Ansonsten ist das immer ein Verlustgeschäft bei kleineren Städten. Wenn die Städte recht groß sind, dann lohnt sich das. Bei den Städten ist es auch so, die produzieren halt so viel Geld wegen den, ähm. Wegen den ganzen Getreideeinnahmen etc. Ja. Ähm. Ansonsten geht lieber mit dem Steuersatz ein bisschen runter, bevor ihr noch irgendwie eine Einheit rüstet. Wir könnten hier, sollten da rekrutieren. Das will ich aber nicht unbedingt. Wir haben zwei Einheiten Bogenschützen. Damit können wir die Numidier komplett auseinanderlegen. Ja. Die haben zwar Peltasten, aber die haben keine guten Fernkampfeinheiten jenseits dieser Peltasten. Auch wenn die numidischen Plänkler nicht so schlecht sind. Das heißt, Theben baut eine Einheit Bauern. Die Flotte hier bewegen wir hier rüber. Wir haben schon den Leuchtturm von Alexandria. Und mit dieser Armee hier, schaut ihr euch mal an, das ist eine Halfstack-Armee mit zwei Generalseinheiten, zwei Streitwägen, drei Einheiten Bogenschützen. Damit werden wir Antiochia erobern. Okay, das ist unsere Eroberungsarmee für Antiochia. Jetzt kommt die Eroberungsarmee für Damaskus. Wir könnten in Sidon mit dem Steuersatz auf Niedrig gehen. Und dann zwei Einheiten hier abziehen. Ich speichere nochmal ganz kurz, weil ich gucken muss, ob das hinhaut, wenn ich die beide nehme. Okay. Ja, 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 ja. Wir müssen auf, wir gehen mal auf Niedrig. Hier bauen wir. Das mit den Tempeln erkläre ich euch gleich. Wir laufen de facto hier hin, in die Ecke. Wenn wir Damaskus angreifen wollen würden, könnten wir das nächste Runde tun. Wir müssen aber erstmal gucken, oder ich möchte erstmal gucken, was er mit diesem General macht. Ich fände es ganz cool, wenn er ihn drinnen lässt. Aber er hat ja hier oben noch eine relativ dicke Armee bei Antiochia stehen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, können wir hier mit dem Steuersatz hochgehen? Nein. 70% geht fast eigentlich noch. Wir machen was hier in Salamis. Salamis wächst eigentlich ganz gut und da kommen wir auch mit einer Einheit Bauern hin, meine ich. Also wir nehmen die mal kurz raus. Wir sind momentan bei 70%. Das heißt, wir könnten hier in Salamis 3% Bevölkerungswachstum bei sehr hohem Steuersatz. Das ist eigentlich eine gute Quote. Wenn wir da einen Tempel bauen, dann können wir die Einheiten schon bei Zeiten mit einem Schiff abholen. Problem ist natürlich in Salamis, bis wir hier einen Hafen haben, haben wir Antiochia schon erobert. Deswegen müssen wir mit den Schiffen die Einheiten hier oben aus Salamis abholen. Das heißt für uns aber einfach nur, wir fahren mit dem Schiff direkt hier oben hin, setzen die Einheiten am besten sogar hier ab, laufen direkt, belagern Antiochia. Im gleichen Zug holen wir die Einheiten aus Salamis und eine Runde später verstärken wir unsere Belagerung da oben. Insofern ist Salamis ein strategisch wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt, Moment mal, gehen wir gerade, wir kriegen 200 durch die Minen. Ja, das ist halt ganz gut. Also in frühestens drei Runden holen wir da Einheiten raus. Das mit den Tempeln ist eine schwierige Sache und was man jetzt hier genau in Jerusalem baut und so. Und hier ist es auch nicht viel einfacher. Die Einheiten, die wir gerne hier unten rausholen würden, sind natürlich erstmal Fernkampfeinheiten. Ich zeige euch das mal kurz in der Gebäudekartei. Halt Onaga, pharaonische Bogenschützen, da wollen wir hin. Und hier gäbe es dann sogar schwere Onaga, die sind aber nicht ganz so entscheidend, aber da wollen wir hin. Und das geht natürlich am leichtesten in diesen großen Städten hier unten im Miel-Delta. So, hier haben wir einen, hier haben wir auch schon einen Übungsplatz und eine Kaserne. Also hier können wir uns beides überlegen. Ich würde sagen, wir machen den Schützenplatz ausnahmsweise. Der bringt allerdings kein Geld. Moment bitte nochmal. Der Hafen bringt Kohle. Der Hafen bringt Kohle. So, okay, kurze Unterbrechung gab es gerade. Ich denke mir, wir bauen die Wirtschaftsgebäude. Aber die Frage ist, ja, bauen wir zuerst die Häfen, bauen wir zuerst ein paar Straßen. Ich denke, mit Häfen liegt man in der Phase nicht unbedingt verkehrt. Tempel sind auch eine gute Sache wegen den Steuern. Und wir wollen ja hier auch auf sehr hoch gehen. Da fällt mir gerade was ein. Ja, Moment mal. Dann sollten wir, wir haben momentan 85. Wie viel bringt der Seth-Schrein? 10. Dann wären wir bei 75. Dann würde die öffentliche Ordnung runtergehen. Will ich nicht. Das ist hier wahrscheinlich genauso. Welchen haben wir hier? Horus. Okay. Gut, gucken wir an der Stelle nochmal ganz kurz in diese verschiedenen Tempelstädte rein, die man hier bauen kann. Die meisten sind bis Stufe 4 eigentlich relativ gleich. Imhotep 2020, Seth 2020, Horus 2020, Osiris 40. Das ist halt auch öffentliche Ordnung. Das ist also, upsala, ich würde gerne da hochscrollen. Das geht nicht mit dem Mausrat. Oder hier, Bevölkerungswachstum 2%. Das, also das ist schon mal gar nicht. Ja, das kommt hier überhaupt nicht in Frage. Interessant wird es dann halt erst ab der Tempelstadt, die man bauen kann. Hier kriegen wir Bevölkerungswachstum. Hier kriegen wir Handelsgüter. Und, äh, wo war es? Genau, hier kriegen wir Handelsgüter und Bonus für ausgebildete Truppen. Also, Imhotep it is. Bei allen anderen kriegen wir nochmal Bevölkerungswachstum obendrauf, ja. Äh, außer hier. Hm, das sehe ich auch gerade. Verbessert rüstungsschwere Waffen, leichte Waffen. Was ist das? Der Horus-Tempel. Der könnte ja dann auch noch was sein eigentlich. Und hier kriegen wir auch Bevölkerungswachstum. Also, was geht? Horus und Imhotep, ja. Truppen plus zwei Erfahrungen ist immer eine coole Sache. Okay. Ähm, ich schaue es mir nochmal kurz an. Imhotep und Horus, ganz genau. Ich habe in den letzten Let's Plays eigentlich immer Imhotep gebaut. Aber Seth zum Beispiel geht halt gar nicht. Horus ist noch eine coole Sache. Da könnten wir uns dann fast überlegen. Aber hier sind wir schon auf sehr hoch. Hier sind wir nur auf hoch, ne? Ah, ja, ja. Genau, 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 genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ähm. Ähm, nimm, 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 nimm. Dann gucken wir nochmal gerade hier. Hier oben haben wir noch gar keinen Tempel. Brauchen wir im Endeffekt auch nicht. Hier wäre eigentlich erstmal ein Gebäudegut, mit dem wir Einheiten rekrutieren könnten. Denn momentan können wir hier nur Popelkram. Obwohl, wir können hier Schiffe rekrutieren, immerhin. Und die Bevölkerung wird so schnell wachsen, dass es eigentlich auch egal ist. Ähm. Okay, bauen wir den Markt. Der Markt ist gut, weil wir, ähm, Spione dann hier bauen können. Und ich glaube, die sind recht wichtig. So, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ähm. Ja, hier werden wir notgedrungen Wirtschaft bauen müssen. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen, die wir bauen könnten. Also hier noch ein Tempel. Und hier noch ein Tempel. Wobei momentan Salamis eher den niedrigeren Rang hat. Denn Salamis wird sehr wahrscheinlich nicht angegriffen werden. Ähm. Äh, in Sidon. Ähm. Oh, die Stadt wächst aber auch krass. Ähm. Was haben wir denn hier so an Gebäuden? Ja, Sidon hat eine Kaserne. Wird Sidon eine Stadt werden, wo wir viele Einheiten produzieren werden? Tja, es ist nicht so akut, ne? Ähm. Dann bauen wir einen Schrein des Horus. Den werden wir hier allerdings... Genau, und dann bauen wir hier den Immo-Tab. Weil hier werden wir Fernkampfeinheiten bauen. Ja, ja. Okay, gut, gut, gut. Dann können wir de facto hier... Ähm. Hm. 3% bei sehr hoch. Das geht eigentlich auch noch. Da müssen wir auch gar nicht großartig nachhelfen. Ich baue die Holzpalisade. Ich will hier keine unangenehmen Überraschungen erleben. Und, ähm. Danach bauen wir den Tempel. Gut. Das ist eigentlich jetzt unsere Runde 1, ja. Ähm. Was passieren wird ist, wir verkaufen den Numidiern unsere Karteninfo, holen uns Handelsrechte, greifen die aber nächste Runde schon wieder an. Wir verkaufen den Seleukiden unsere Karteninfo, geben denen Handelsrechte und greifen die nächste Runde an. Wenn sie noch nicht zu uns rankommen, das könnte ein bisschen problematisch werden. Die Seleukiden kriegen am Anfang normalerweise immer so viel Trouble mit Patien und mit Armenien und mit Pontus. Dass sie auf jeden Fall kuschen werden, wenn wir denen nachher nochmal einen Frieden anbieten. Insofern vielleicht noch die Überlegung hier einen Diplomaten zu bauen und den mit aufs Schiff zu nehmen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Okay, gut. Nee, dann ist es egal. Dann müssen wir das irgendwie ein bisschen anders regeln. Das hier wird übrigens noch ein Spaß nachher dieses Schiff auszuwählen, weil man da immer automatisch auf den Leuchtturm klickt. Okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie lang war denn jetzt, äh, wie lang war denn jetzt der letzte Teil? Da muss ich nochmal kurz nachgucken. Moment. Na komm, zeig mal. 14 Minuten. Ah ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Ähm. Dann werden wir gerade jetzt die Runde beenden. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich, äh, will noch dazu sagen, an der Stelle, das, was ich hier euch präsentiere, das sind alles nur Angebote an Strategien, ja. Wenn ihr sagt, ich habe hier eine viel bessere Strategie, die funktioniert auf sehr hoher, sehr hoher Schwierigkeitsstufe, genauso gut oder noch besser, dann schreibt es mir mal rein. Ich glaube, die Taktik hier ist vielleicht nicht die allerbeste, aber sie ist auf jeden Fall safe und aggressiv und expansiv. Also, gucken wir mal, was passiert. Das ist eigentlich jetzt ganz interessant, ähm, das machen wir aber nicht. Wir haben die Handelsrechte und wir machen jetzt die Karteninfo und da holen wir uns nochmal ein bisschen Kohle her. Das ist eigentlich ganz gut, dass der jetzt zu uns kam. Wir könnten 600 kriegen. Die Seleukiden haben am Anfang eigentlich immer Geld. Ich will sie aber nicht brüskieren. 500 machen die auf jeden Fall. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal nur 500. Mhm. Und ich will deren Map-Info gar nicht haben. Die brauche ich überhaupt nicht. Wow. Ganz schön viele, ganz schön viele Truppen hier. Ja, äh, an Rebellen, na. Hm. Mal gucken, was wir gegen die machen. Hören bedeutet gehorchen. Hören bedeutet gehorchen. Ja. Ja. Und, äh, wenn ich hier hinlaufe. Ah. Ah, ja. Okay, gut, gut, gut. Stop. Und jetzt red mal mit denen. Handelsrechte. Und dann kriegen die unsere Karten-Info. Und wenn wir Glück haben, dann sind die Numidia jetzt noch nicht pleite. Und wir kriegen noch 500 Kröten für unsere Handelsrechte. Wenn wir Glück haben. Okay, gut, gut, gut. Denn das Problem ist in der Regel, dass die Numidia zu dem Zeitpunkt pleite sind. Ähm. Hören bedeutet gehorchen. Wir können nicht weiter, Sire. Ich spiele mit folgendem Gedanken. Wir haben ja hier zwei Rebellenarmeen. Äh, zeig mal. Das ist nur eine Einheit. Vermutlich sind es Bauern. Ah, das ist sogar ein General. Ah, shit. Also normalerweise, wenn das kein General ist, würde ich mir die Armee kaufen. Problem ist, so müssten wir jetzt den General vermutlich ausschalten. Was unseren Krieg gegen Siva verzögert. Und das mag ich eigentlich nicht. Ähm, wir gucken mal gerade. Haben wir hier, haben wir doch jetzt zwei Bauern drin. Ne, eine Einheit. Habe ich echt nur eine gebaut? Okay. Hm, gucken wir uns mal den Baubericht an. Äh, Salamis Holzpalisade. Dann bauen wir jetzt, äh, hm. Hm. Die Minen sind cool. Wir haben momentan so viel Geld. Okay. Und der Schrein des Horus hier wird gefolgt von einem Tempel, würde ich vorschlagen. 80% ist eigentlich gut. Hm, okay. Ähm. Wir sind auf sehr hoch bei 85% öffentlicher Ordnung. Das ist gut. Hier bei 105. Und jetzt bei 80. Das ist auch noch in Ordnung. Mächtiger General. Hä, ich will das eigentlich nicht. Ich will da eigentlich nicht angreifen. Äh, die Rebellen meine ich. Na, komm. Ne, gib mir noch mal den... Gib mir noch mal die Flotte. Na, komm. Komm, ich klicke da drauf. Oh, Junge. Oh, Junge. Ah, da war er. So, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, okay. Wir wollen hier hoch, um genau zu sein. Okay, aber das wollen wir ihm natürlich nicht zeigen. Genau. Seckel, die Setzen. Und dann wirst du mit dem Burschen hier mal raus. Und du holst mir hier noch eine Einheit Bauern. Denn jede Einheit, die kämpfen kann und besser ist als ein Bauer... Ah, ne, Moment. Der geht nicht. Den kann ich hier nicht holen. Ich brauche hier einen Agenten. Ich brauche hier noch einen Spion. Ähm. Wir müssen uns... Das ist auch eigentlich ein Grund, warum wir uns Damaskus holen müssen. Wir brauchen eine Stadt, in der wir noch Bauern rekrutieren können. Und dafür wäre Damaskus eigentlich quasi prädestiniert. Also, das sind die Einheiten aus Damaskus gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und hier ist jetzt nur noch der General drin. Der General ist schwach. Also als einzige Einheit ist er schwach. Da hat er keine Chance gegen den Typen. Gegen den... Äh, Dingsbums. Ne? Ähm. Ich denke, er will die Truppen nach Antiochia reinziehen. Wir haben 100%. Das brauchen wir aber nicht. Wir könnten... Ich würde sagen, wir laufen mal kurz hier hoch. Hier oben kommt nichts. Okay. Wir haben 93%. Ist die Frage, ob wir es uns momentan leisten können, an der Stelle schon einen Spion zu verlieren. Ich denke eigentlich nicht. Wir brauchen ihn. Auf jeden Fall. Und wir gehen noch ein Feld weiter vor. Direkt vor die Stadttore. Hier sehen wir jetzt auch, was er in seiner Hauptstadt drin hat. Das ist auch nicht viel. Ähm. Was ganz gut ist, bis er die Truppen aus Seleukaya bei uns hat, haben ihm die Pater schon die Stadt genommen. Und er hat nur noch zwei Städte hier oben, mit denen er verteidigen kann. Denn Hatra ist hier oben und Hatra ist so weit weg, der kommt nie wieder rechtzeitig an. Okay. Also gehen wir hin. Ähm. Wir brauchen ihn nicht unbedingt hier. Also wir müssen... Obwohl, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir ihn hier haben, ne? Ah, da schaut mal einer an. Okay, wir greifen an. Ja. Ja. Ich weiß, in der nächste Runde haben wir noch eine Einheit Nubier dabei. Sehr geil. Okay, Krieg. Rundenbericht gucken wir mal kurz. Steuern sind unterhalb der Militärausgaben. Das sollte natürlich noch nicht so sein, aber wir werden bald noch verstärkt Handelseinnahmen haben. Ja, also. Die Sache ist hier jetzt. Ähm. Das Territorium ist sehr weitläufig. Wir könnten das Problem haben, dass die Numidier hier viele Einheiten rauspumpen. Euer ergebener Diener. Das ist echt ätzend, dass hier jetzt ein General dabei ist. Also diese Truppen hier, die werden in der Regel zufällig zusammengewürfelt. Und wenn das jetzt eine zufällige, als wenn das jetzt eine Armee ohne General gewesen wäre, hätten wir hier gute Chancen. Ja, mächtiger Herr. Aber so. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Okay, wir gucken mal gerade, was er da für Einheiten drin hat. Das sind Bogenschützen. Na ja, zieh dich mal zurück. Mein Gebieter. Die Bogenschützen würde ich dann gerne doch bestechen. Die sind zwar wahrscheinlich teuer, aber ich kann sie momentan noch nicht bauen. Wie lange braucht so ein Agent bis darüber? Zwei Runden. Das heißt, ich bräuchte mit meinem Spion auch zwei. Eins, zwei. Ich darf natürlich keine. Okay, wir geben den Numidian. Okay, Leute. Ich bin jetzt so geisteskrank. Ich gebe den Numidian noch ein bisschen Zeit. Wir greifen im nächsten Part. Alexander, Neos, Dionysos an. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Es gibt noch viel Arbeit. Es wird keine einfache Sache. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hier gut schaffen werden. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.